Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich die Abschlussprüfung 2014 B1 Haupttermin gerechnet hätte. Vorsicht, 1 Satz 2. Diese Angabe findet wir wie immer hinter diesem Link, das ist die Seite des isb.bayern.de. Dort gibt es alle Abschlussprüfungsaufgaben der letzten Jahre inklusive der Nachtermine. Was wir hier gegeben haben, ist ein Punkt und zwei Vektoren und damit soll ein Parallelogramm aufgespannt werden. Zunächst sollen wir bei der Aufgabe 1,1 die Koordinaten der Pfeile a, b1 und a, d1 bzw. a, b2 und a, d2 bestimmen. Es gibt also einen Winkel mit 60 Grad und 130 Grad, den wir einfach in unsere abhängigen Vektoren einzeichnen oder einsetzen. Das heißt hier 60 Grad eingesetzt und hier 60 Grad eingesetzt. Aufpassen, Sinus Quadrat 60 Grad sollten wir so nicht in Taschenrechner oder können wir so gar nicht in Taschenrechner eingeben. Das ist das gleiche aber wie Sinus 60 in Klammern zum Quadrat. Also wenn wir das in Taschenrechner eingeben, müssen wir hier aufpassen, dass wir das für den Taschenrechner richtig machen. Das sind zwei Schreibweisen, die man beide nehmen darf, aber nur eine ist dem Taschenrechner bekannt. Für die Zeile müsste man also rechnen, 5 mal Klammer auf, Sinus 60 Grad, Klammer zu, hoch 2 plus 1, um es richtig zu machen. Das wäre also der Vektor a, b1 und ich habe jetzt hier den Vektor a, b2 gleichmacht, habe quasi nur die 130 Grad eingesetzt und erhalte diese beiden Vektoren. Wenn wir jetzt hier zeichnen wollen, habe ich den Punkt a hier und wenn ich auf den Punkt b kommen will, muss ich aufpassen, das sind nicht die Koordinaten des Punktes b, sondern das ist der Vektor a, b oder anders gesagt, wie komme ich von a nach b1, 4 nach rechts, 4,75 nach oben. Das heißt, ich habe hier eine x-Koordinate von minus 1, das heißt die x-Koordinate von meinem b1 ist plus 4, liegt also bei 3 und nach oben muss ich 4,75, bei minus 2 war ich, also muss ich bei plus 2,75 rauskommen. Damit erhalte ich meinen Punkt b1, genauso mache ich es beim b2, ich gehe wieder zu a, dann gehe ich 1,71 nach rechts und 3,93 nach oben, so habe ich meine Punkte b1 und b2. Nun rechne ich die Vektoren für a, d1 und a, d2 aus, auch wieder mit 60 Grad und 130 Grad, gehe dieses Mal wieder von a, aber 1,5 nach links und 4 nach oben, lande bei d1 und für a, d2 gehe ich 4,93 nach links und 4 nach oben und lande bei d2. Wenn ich die jetzt miteinander verbinde, erhalte ich noch kein Parallelogramm, aber um auf den Punkt c2 zu kommen, kann ich ja, oder c1 zu kommen, kann ich ja Parallelen zeichnen oder, was ich auch machen kann, weil ich ja die Vektoren schon habe, Wenn ich den Punkt b habe, dann ist der Weg von b nach c der gleiche wie von a nach d, das heißt, habe ich meinen Punkt b2, dann gehe ich einfach 4,93 nach links und 4 nach oben, weil dieser Vektor und dieser Vektor identisch sein müssen beim Parallelogramm. Genauso könnte ich es hier machen, beim Punkt b1 gehe ich einfach 1,5 nach links und 4 nach oben, weil mein Vektor a, d1 ja dasselbe ist wie b1, c1. So könnte ich meine Parallelogramme zeichnen. Ist ein bisschen schwieriger zu beginnen, aber wenn man das Prinzip raus hat, relativ einfach diese 4 Punkte zu holen. Bei der 1,2 soll man dann das Maß des Winkels b1, a, d1 bestimmen, das heißt also des festen Winkels. So, normalerweise, wenn wir Winkel berechnen, dann nehmen wir ja immer irgendein Dreieck, haben irgendwelche Größen gegeben und versuchen dann auf den Rest zu kommen. Wir haben hier allerdings keine einzige Seitenlänge. Gut, die könnten wir uns natürlich alle berechnen, aber vielleicht erinnert ihr euch dran, wir haben zwei Vektoren und diese zwei Vektoren, da dazwischen liegt ja genau der Winkel, den ich suche, b1, a, d1. Und wenn wir da auf der Formelsammlung Seite 44 aufmachen, gibt es eine Formel über das Skalarprodukt, das wir ja auch uns so schon hergeleitet haben und kennengelernt haben, wie man hier einen Winkel bestimmen kann. Der Winkel zwischen diesen beiden Vektoren ist also das Skalarprodukt aus beiden Vektoren, geteilt, also Bruchstrich, durch die Länge der Strecke der beiden Vektoren oder die Länge der beiden Vektoren. Also das hier, das Skalarprodukt, ausmultipliziert bereits, so steht es ja auch in der Formelsammlung drin, und hier die Quadrate bzw. die x- und y-Werte quadriert, damit man die Streckenlänge berechnen kann. Und wenn ich das in den Taschenrechner eintippe und davon den inversen Kosinus nehme, erhalte ich für meinen Winkel b1, a, d1 60,66 Grad. Aufpassen, dass man hier keine Fehler macht beim Eintippen und den inversen Kosinus am Schluss nicht vergisst. Bei der Aufgabe 1.3, da soll es jetzt unter den Parallelogrammen ein Rechteck geben. Da ist es dieselbe Formel oder dieselbe Seite in der Formelsammlung. Rechteck bedeutet doch, dass hier überall rechte Winkel sind. Denn das ist der einzige Unterschied zwischen, oder nicht nur der einzige, aber ein Unterschied bei einem Parallelogramm zum Rechteck. Das heißt, dass sich meine Punkte so verschieben, dass hier rechte Winkel entstehen. Und bei rechten Winkel sollte uns eigentlich noch die Orthogonalität von Vektoren einfallen. Zwei Vektoren stehen aufeinander senkrecht, wenn dessen Skalarprodukt 0 ergibt. Das Skalarprodukt aus diesen beiden Vektoren setze ich also gleich 0. Nun muss ich einfach auf Seite 43 kurz umblättern, wenn ich es nicht mehr weiß, wie ich dieses Skalarprodukt auflöse. x-Koordinaten multipliziert und die y-Koordinaten miteinander multipliziert, beides addiert, ist gleich 0 gesetzt. Das ist jetzt eine Gleichung und viele von euch würden vielleicht drauf kommen, hier den Solver anzuwenden. Gefahr, hier handelt es sich um ein Quadrat. Das heißt, wir könnten auch hier schon erkennen, dass es sich um eine quadratische Gleichung handelt, die am Schluss vielleicht sogar zwei Ergebnisse aufweist, die dann der Solver nicht ausspucken kann. Also machen wir das Ganze nach einem traditionellen Prinzip. 2 Cosinus Phi mal 3 Cosinus 4 gibt 6 Cosinus Quadrat Phi, also die ersten beiden zusammengefasst. Dann 2 Cosinus Phi mal minus 3 gibt minus 6 Cosinus Phi. 3 mal 3 Cosinus Phi gibt 9 Cosinus Phi. 3 mal minus 3 gibt minus 9. Hier nochmal mit 4 multipliziert, 20 Sinus Quadrat Phi plus die 1 mal 4. Also ich habe quasi nur die Klammern miteinander aufgelöst. Jetzt haben wir eine Gleichung, wo dummerweise aber ein Sinus Quadrat Phi vorkommt und sonst nur Cosinus. Das heißt, ich könnte doch das hier noch ersetzen. Wir kennen das von der Formelsammlung Seite 70. Das Sinus Quadrat Phi plus der Cosinus Quadrat Phi ist 1. Das haben wir beim Einheitskreis kennengelernt. Das hat was mit Pythagoras zu tun. Nun müssen wir also quasi das einfach ersetzen. Durch 1 minus Cosinus Quadrat Phi. Hier habe ich schon mal zusammengefasst. Minus 6 Cosinus Phi und 9 Cosinus Phi hat quasi denselben Variable. Das heißt, es ergibt 3 Cosinus Phi. Hier löse ich dann das Ganze auf zu 1 minus Cosinus Quadrat Phi und muss das hier noch ausmultiplizieren. Aufpassen, 20 mal Sinus Quadrat Phi heißt 20 mal den Term komplett. Den muss ich also klammern. Die 20 bezieht sich auf die 1 und auf das Minus Cosinus Quadrat Phi. Wenn ich jetzt ausmultipliziere und zusammenfasse, ich habe hier minus 9 plus 20 plus 4, kommt hier plus 15 raus. Und hier haben wir noch ein Minus 20 Cosinus Quadrat Phi kann ich mit 6 Cosinus Quadrat Phi zusammenfassen zu Minus 14 Cosinus Quadrat Phi. Jetzt habe ich eine quadratische Gleichung. Erkennt man vielleicht nicht gleich, aber hier ist ein Quadrat. Hier ist etwas Lineares und hier fehlt die Variable. Das heißt, ich kann das Ganze jetzt eigentlich wie eine quadratische Gleichung lösen und nach Cosinus Phi 1 und Cosinus Phi 2 auflösen. Das heißt, mein a ist minus 14, mein b ist 3, mein c ist 15. Kann ich mit dem Taschenrechner oder der x12 Formel machen. Nur für die Variable x hatte ich Cosinus Phi dran stehen. Also kommt ein Cosinus Phi 1, Cosinus von Phi 2 raus. Ich muss also am Ende noch den inversen Cosinus von dem Ergebnis ziehen. Das ist hier 158,43 Grad. Hier kann ich keinen inversen Cosinus ziehen, denn der Cosinus ist ja nur definiert von minus 1 bis 1. Hier kommt kein Ergebnis raus, wir haben hier nur ein Ergebnis. Das ist ein langer Schlauch, den wir durch die Cosinus Sinus Regeln immer umformen können. Und aufpassen, der Knackpunkt ist bestimmt hier zu erkennen, dass es eine quadratische Gleichung ist und dass ich Cosinus Quadrat Phi einfach als x Quadrat sehen könnte. Nur, dass eben nicht x12 am Schluss steht, sondern Cosinus Phi 1, Phi 2. Aufgabe 1, 4 soll man rechnerisch zeigen, dass der Trägergraf der Punkte cn die Gleichung so und so hat. Also wir brauchen Trägergrafen von cn. Heißt erst einmal, wir brauchen die Koordinaten von cn. Und um auf die Koordinaten von cn zu kommen, da fehlt das n hier unten dran, habe ich jetzt eine Vektorkette aufgestellt. Also um nach ocn den Vektor zu kommen, gehe ich zuerst zu oa, dann von a nach b und jetzt ist doch von b nach c dasselbe Vektor wie von a nach d. Das habe ich mal vorhin bei der Zeichnung doch schon als zu Hilfe genommen. Das heißt, ich setze hier noch den Vektor dazu. Wenn ich also meine x-Koordinate von c will, nehme ich die x-Koordinate von a. Ich nehme jetzt quasi die obere Zeile bei den Vektoren. Minus 1 ist die x-Koordinate von a. Zähle da dazu die x-Koordinate meines Vektors a, b, n. Dann bin ich beim Punkt b. Und dann kommt noch der Vektor a, d, n on top. Plus 3 Cosinus Phi minus 3. Das heißt, ich habe mir hier die Vektorkette überlegt und dann einfach die obere Zeile mit xc benannt. Die untere Zeile ist das gleiche, nur dass ich jetzt eben alle y-Werte nehme. Minus 2 plus 5 mal Sinus Quadrat Phi plus 1 plus die 4. Das könnte ich noch zusammenfassen, mache ich im nächsten Schritt und bringe gleich die 1 mit rüber. Ich habe doch hier stehen 3 minus 3, das fällt raus. Hier bleibt noch eine minus 1 stehen, die bringe ich rüber zu plus 1, xc plus 1. Und 2 Cosinus Phi und 3 Cosinus Phi gibt 5 Cosinus Phi. Jetzt löse ich das Ganze noch nach Cosinus Phi auf. Das heißt, ich dividiere durch 5, dann bleibt vorne dran stehen 0,2 xc. Warum? Weil da hier ein 1er davor steht. Und wenn ich das durch 0,2 teile, teile ich, äh, durch 5 teile, teile ich 1 durch 5 und das gibt 0,2. Genauso wie da hinten. 0,2 xc plus 0,2. Warum habe ich das getan? Weil ich jetzt dieses Cosinus Phi hier einsetzen kann. Moment, kann ich noch gar nicht einsetzen. Ich muss hier erst wieder umrechnen, durch 1 minus Cosinus Quadrat Phi ersetzen. Auch wieder hier aufpassen, der 5er bezieht sich auf die komplette Änderung. So, und jetzt kann ich für dieses Cosinus Quadrat Phi mein Cosinus Phi von oben einsetzen. Nämlich 0,2 xc plus 0,2. Das heißt, ich habe hier 3 plus 5 mal 1, hier habe ich 5 mal 1 gerechnet, minus 5 mal Cosinus Quadrat Phi. Also 3 plus 5 minus 5. Und anstelle des Cosinus Quadrats Phi nehme ich jetzt einfach den Term hier oben und rechne hoch 2. Das ist fast schon das gleiche, wie auch zu zeigen ist, also rechnerisch zu zeigen ist. Der einzige Unterschied ist, dass dieses 0,2 hier nicht in der Klammer drin steht. Ich könnte doch 0,2 in der Klammer ausklammern. Nur, darf ich dann nicht nur 0,2 vorne hinschreiben, sondern 0,2 Quadrat. Weil wenn ich hier ausklammere, muss das Quadrat mit ausgeklammert werden. Und 5 mal 0,2 mal 0,2 ergibt genau 0,2. Weil 5 mal 0,2 ergibt 1 mal 0,2 ergibt die restlichen 0,2. Und dann steht es genauso dran, wie wir es quasi rechnerisch zeigen sollten. Träger Graphen bestimmen in dem Fall die Koordinaten von C rausfinden. Das geht ganz häufig über eine Vektorkette. Und dann muss ich substituieren. Nach XC auflösen, beziehungsweise nach Cosinus Phi am Schluss auflösen. Und das dann in die andere einsetzen, dass am Schluss nur noch was dran steht, wie mit XC und YC. Einzeichnen sollte dann ein Klack sein, denn das Ganze kann ich in den Taschenrechner eingeben und er spuckt mir Werte aus. Zwei Punkte habe ich ja schon. C1 und C2 sollten auf dieser Parabel liegen, wenn ich richtig gezeichnet habe. Und dann sind wir bei der letzten Aufgabe. Beim Parallelogramm liegt der Punkt D auf dem Träger Graphen. Punkt D, naja gut, den müssen wir vielleicht erstmal rausfinden. Dn, wie finde ich den raus? Ich habe das jetzt hier gleich mal verkürzt. O, D, also der Vektor O, D ist doch eigentlich nichts anderes wie von O nach A und von A nach D. Das heißt, ich muss hier noch einfach meine Koordinaten von A dazu addieren und dann habe ich meinen Punkt Dn. So, jetzt soll ich prüfen, ob dieser Punkt Dn auf meiner Parabel liegt oder wann der liegt. Also setze ich den Y-Wert 2 an der Y-Stelle ein und den X-Wert 3 Cosinus Phi minus 4 an der Stelle ein, wo X steht. Und jetzt löse ich das Ganze nach dem Winkel Phi auf. Das mache ich jetzt, indem ich alles auf die rechte Seite bringe und hier ausmultipliziere. Das heißt, in dem Fall die binomische Formel anwende. 9 Cosinus Quadrat Phi ist das Quadrat davon. Hier hinten bleibt minus 3 stehen. 3 mal Cosinus Phi mal 3 mal 2, so lautet ja der gemischte Term, gibt 18 Cosinus Phi. Plus 9 ist das Quadrat aus der hinteren Zahl. Jetzt mit 0,2 multipliziert, hier ist dummerweise noch eine Klammer, die sollte eigentlich weg sein, zusammengefasst und jetzt habe ich wieder das gleiche wie vorher, eine quadratische Gleichung. Ich ersetze wieder hier das X oder denke mir hier das X und kann ein Cosinus Phi 1 und ein Cosinus Phi 2 errechnen. Das zweite geht nicht, weil der Cosinus nur von minus 1 bis 1 definiert ist. Also reicht es, wenn ich hier den inversen Cosinus nehme und ich erhalte 146,10 Grad. Das war es von meiner Seite.